In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr Leofei als Companion, als Begleiter bekommt und wie ihr die unterschiedlichen Perks und auch die Belohnungen freischaltet. Die Story habe ich bewusst ausgelassen, damit ihr sie selber erleben könnt. Die Geschichte und eure Antworten in der Geschichte sind nur Lore und beeinflussen nicht das Ergebnis. Ihr findet Leofei in O5 in Dagon's Umarmung. Da ist jetzt diese Pflanze, diese Jotka-Pflanze und er ist in dieser Jotka-Pflanze gefangen. Jetzt gibt es zwei Optionen gleich am Anfang. Entweder ihr habt bereits Zaubern gelernt, dann startet ihr sozusagen gleich mit der Geschichte. Wenn ihr noch nicht Zaubern gelernt habt, dann wird Leofei euch sagen, wo ihr Zaubern lernen könnt. Leofei möchte drei Flaschen mit Opferblut von uns haben, damit das Ganze weitergeht. Wie gesagt, entweder ihr habt bereits Zaubern gelernt, dann ist das für euch ganz einfach. Oder ihr geht ins Schieferrückenheim, da schickt er euch dann hin, lernt dort Zaubern, baut den Traumaturgie-Tisch auf, gradet ihn einmal ab und erstellt dann drei Flaschen mit Opferblut. Ich habe einen eigenen Guide zum Zaubern lernen gemacht, das verlinke ich euch mal unten. Wenn ihr die drei Kugeln mit dem Opferblut habt, geht ihr gleich wieder zu Leofei hin und gebt ihm diese drei Flaschen mit Opferblut. Danach müsst ihr acht Stunden warten. Also ihr habt in diesen Quests immer diese acht Stunden Wartezeit und das ist Real Lifetime sozusagen, Wartezeit. Das heißt, egal ob ihr im Singleplayer spielt oder auf einem Server, ihr habt zwischendurch immer acht Stunden, die ihr warten müsst. Real Time. Wenn Leofei bereit ist, meldet er sich bei dir. Das heißt, du hörst dann etwas, dass er sagt, er ruft nach dir, er ist bereit für dich. Oder du siehst ihn auch in deiner Base, also er erscheint als Schemen in deiner Base, manchmal ist er nicht so leicht zu finden. Du kannst aber jederzeit auch hier in die Umarmung Dagons zu seiner Pflanze zurückkehren und er wird rauskommen und wird dann direkt mit dir dort reden. Im zweiten Teil dieser Geschichte möchte Leofei, dass du ihm vier Dinge bringst. Das Herz eines Helden, die Augen der Unschuld, das Horn eines alten Nashorns und Schwefel. Dabei müsst ihr beachten, das Herz eines Helden hat einen Ablauf-Timer von 40 Minuten und die Augen der Unschuld haben einen Ablauf-Timer von 10 Minuten. Ihr müsst also relativ schnell, wenn ihr diese beiden Zutaten habt, zu ihm zurück. Und ihr müsst ihm alle vier Zutaten gleichzeitig übergeben, sonst akzeptiert er das nicht. Schwefel findet ihr natürlich an verschiedenen Orten. Der beste Farmspot sind aber sicher die zerstörten Quellen. Für das Horn eines alten Nashorns gibt es zwei Stellen. Einmal oberhalb von Murielas Hoffnung und einmal östlich von Sepameru. Das Herz eines Helden bekommt ihr sehr gut in der namenlosen Stadt. So ein bisschen eher in den Randbezirken der namenlosen Stadt. Dort könnt ihr das Herz eines Helden dann im Kampf erobern, wenn ihr so wollt. Und ihr könntet aber zum Beispiel auch an anderen Orten, wie in der Silbermine, ein Herz eines Helden bekommen. Man kann diese Herzen eines Helden übrigens auch im Kühlschrank ganz gut aufbewahren. Als letztes haben wir die Augen der Unschuld. Für die Augen der Unschuld müsst ihr ein Baby irgendeines Tieres töten. Das ist jetzt im Dschungel nicht so einfach. Ihr habt da zwei Positionen in der Nähe von Dargons Umarmung, wo ihr kleine Pantherjungen finden könnt. Einmal hier und einmal hier. Da sie aber nur einen Timer von zehn Minuten haben, müsst ihr ganz schnell wieder zurück sein bei Leo Faye. Dafür kann ich euch empfehlen, die Schnellreise zu benutzen, mithilfe des Obelisken hier im Dschungel. Wenn du alle vier Zutaten hast, bringst du sie zu Leo Faye und musst wieder acht Stunden warten. Jetzt können wir die erste Entscheidung bezüglich eines Perks treffen, den wir haben wollen. Wenn du ab diesem Zeitpunkt Zaubern einsetzt, während die Quest läuft, erhältst du den Perk Vermächtnis der Verderbtheit. Wenn du keine Zauberei während der Quest einsetzt, erhält Leo Faye den Perk Verderblicher Fluch. Als nächstes schickt Leo Faye dich in sein Labor, das ganz in der Nähe hier in Dargons oder von Dargons Umarmung ist. Und du sollst dort fünf seiner Notizen besorgen. Auf einem Podest siehst du dort eine rote Kugel. Wenn du die rote Kugel mitnimmst, dann bekommst du den Perk Regenerativer Stillstand. Und wenn du die rote Kugel ignorierst, bekommst du den Perk Fantastisches Simulacrum. Anschließend gehst du zurück zu Leo Faye und gibst ihm die Notizen. Allerdings, wenn du diese Notizen lesen willst, musst du das vorher tun, weil die verschwinden sonst. Leo Faye sagt dir jetzt, dass er Black Lotus haben möchte, welchen du auch ganz einfach hier in der Nähe ernten kannst. Und zwar hier im Schwarzen Garten. Du brauchst dafür eine Gasmaske, weil dort ist giftige Luft. Leo Faye muss sich jetzt wieder ausruhen und wir müssen acht Stunden warten. Nach acht Stunden ruft Leo Faye dich und du bekommst, wenn du dann mit ihm sprichst, das satanische Knochenmehl. Das hat auch einen Ablauf-Timer von, ich glaube, 48 Stunden. Und auch hier musst du jetzt wieder eine Entscheidung treffen, was den letzten Perk für Leo Faye angeht. Wenn du im Zirkel der Macht das Ritual mit dem Schwarzen Lotus machst, erhält er den Perk Ewige Knechtschaft. Wenn du das Ritual mit dem satanischen Knochenmehl machst, erhält Leo Faye den Perk Dämonische Präsenz. Während das Ritual läuft, wirst du übrigens von einigen Dämonen angegriffen werden. Wenn das Ganze beendet ist, wird Leo Faye dir als Gefährte folgen. Du kannst übrigens diese Quest auch mehrmals machen und natürlich auch unterschiedliche Kombinationen von Perks dabei erzeugen. Außerdem bringt er mit eine Rüstung, das ist das, was er jetzt hier im Bild auch trägt. Und die kannst du auch selber herstellen in einer normalen oder in einer epischen Ausführung. Zudem kannst du die Jodga-Pflanze aufstellen bei dir in der Base und kannst dir damit jederzeit Verderbnis holen, wenn du es für das Zaubern benötigst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao. Ciao.